Kapitel 10 Irgendwann zog Jesus weiter in die Richtung östlich vom Jordan. Wie immer waren gleich voll viele Menschen um ihn herum und er brachte denen dann Sachen bei. Einige von den Pharisäern, den religiösen Strebern, kamen vorbei und versuchten ihn wieder aufs Glatteis zu führen. Wie ist das? Dürfen sich ihrer Meinung nach Ehepaare scheiden lassen? Gegenfrage, was meinte Mose denn zu dem Thema? Für Mose war das okay. Er sagt dazu, man sollte seiner Frau nur ein Papier ausstellen und dann kann man sie rausschmeißen. Oh Mann, ihr seid so hart unterwegs, Leute. Nur darum hat Mose euch das erlaubt. Gott hatte aber ursprünglich eine andere Idee, als er Männer und Frauen gemacht hat. Ich zitiere, deshalb wird ein Mann sich von seinen Eltern verabschieden und sich verbindlich auf eine Frau einlassen. Beide werden dann total ineinander verschmelzen. Keiner darf sie dann mehr auseinanderreißen. Gott hat sie ja zusammengeschweißt. Später, als alle weg waren und seine Freunde mit ihm allein waren, fragten sie nochmal nach. Seine Antwort war dann, also, wenn sich einer von seiner Ehefrau trennt und sich eine neue Frau sucht und die heiratet, dann zerstört er ihre Ehe. Und wenn eine Ehefrau sich von ihrem Ehemann trennt und wieder jemand anderen heiratet, dann zerstört sie auch die Ehe. Irgendwann brachten einmal ein paar Mütter ihre Kinder zu Jesus. Sie wollten gerne, dass er für sie betet und sie segnet. Die Freunde von Jesus hatten da aber keinen Bock drauf und stießen sie weg. Als Jesus das mitbekam, war er super sauer. Er brüllte sie an. Lass die Kinder durch! Sie haben bei mir immer Vorzug. Menschen, die so sind wie die, denen gehört das neue Land, wo Gott das Sagen hat. Eins kann ich euch versprechen. Wer glaubensmäßig nicht so draufkommt wie so ein Kind, hat keinen Platz in Gottes neuem Reich. Er nahm noch ein paar Kinder ganz fest in die Arme, knuddete sie und betete noch eine Runde. Gerade als sie wieder los wollten, rannte ein Typ auf ihn zu, kniete sich vor ihm hin und fragte, Lieber guter Herr Lehrer, ich habe eine für mich wichtige Frage an Sie. Was muss ich alles tun, um in den Himmel zu kommen, wenn ich tot bin? Hey, ich will, dass Gott, der Vater groß, rauskommt. Er alleine ist wirklich gut. Bitte nennen Sie mich nicht so. Und was diese Gesetze angeht, die kennen Sie doch auswendig, oder? Es ist nicht okay, Leute zu töten, die Ehe kaputt zu machen, zu klauen, rumzulügen, irgendjemanden abzuziehen. Und man soll seinen Vater und seine Mutter respektieren. Herr Lehrer, was diese Sachen angeht, danach lebe ich schon, solange ich denken kann. Jesus sah den Typen total liebevoll an und meinte, eine Sache fehlt aber noch. Ziehen Sie mal los und verkaufen Sie den ganzen Krempel, alles was Sie haben, und spenden Sie die Kohle an Leute, die es wirklich brauchen. Dann werden Sie im Himmel ein fettes Bankkonto haben, und dann lassen Sie alles stehen und liegen und gehen mit mir. Nach dieser Ansage war er voll entmutigt und lief traurig wieder weg. Er hatte nämlich sehr viel Kohle. Jesus meinte darauf zu seinen Freunden, Leute, die sehr reich sind, haben es total schwer, ein Ticket für den Himmel zu kriegen. Die waren total fertig, als er das gesagt hatte. Jesus wiederholte das darum nochmal. Also für Menschen, die sehr reich sind, wird es monsterschwer, in den Himmel zu kommen. Es ist leichter, dass ein Pferd durch ein Schlüsselloch durchpasst, als dass einer, der viel Kohle hat, in den Himmel kommt. Seine Freunde waren immer noch total fertig. Wer kann es denn überhaupt schaffen? Wer kriegt das denn noch hin? Keiner kann es schaffen, sich zu Gott hochzuarbeiten. Das geht gar nicht. Aber für Gott ist alles möglich, war seine Antwort. Und wie steht es dann um uns, Jesus? Wir haben alles stehen und liegen lassen und sind radikal mit dir gegangen, fragte Petrus. Eins ist sicher. Alle, die ihr Vermögen, ihre Familie, ihre Wohnungen, ihre Kinder aufgegeben haben, weil sie mit mir gegangen sind und das tun, was ich gesagt habe, die werden schon jetzt fett dafür absahnen. Auch wenn sie dafür Ärger kriegen, weil sie an mich glauben. In der neuen Welt, die dann mal sein wird, da werden sie ein ewig geiles Leben haben. Viele Leute, die jetzt so richtig wichtig sind, werden dann eine kleine Nummer sein. Und die Unscheinbaren werden dann ganz groß rauskommen. Auf dem Weg nach Jerusalem ging Jesus voraus. Seine Freunde bekamen Schiss und auch die anderen, die mitgezogen waren. Jesus nahm seine Freunde nochmal beiseite und machte folgende Ansage über das, was ihn in Jerusalem erwarten würde. Wenn wir da in Jerusalem ankommen, werde ich an die obersten religiösen Leiter und an die Theologen ausgeliefert werden. Man wird mich zum Tod verurteilen und an die römische Besatzung ausliefern. Dann werden sie mich verarschen, anspucken, foltern und schließlich umbringen. Aber nach drei Tagen habe ich mein Comeback. Jakobus und Johannes, die Söhne des Zebedeus, hatten mal eine Frage an Jesus. Jesus, wir haben eine Anfrage an dich. Um was geht es denn? Könntest du das organisieren, dass wir eine Reservierung für die Plätze auf der Ehrentribüne bekommen, gleich neben dir, wenn wir im Himmel sind? Oh Mann, ihr habt keine Ahnung, was ihr da gerade beantragt habt. Glaubt ihr denn, ihr packt das? Könnt ihr die gleichen schlimmen Sachen durchmachen, wie ich sie durchmachen werde? Könnt ihr den gleichen Tod sterben, wie ich ihn sterben werde? Klar, das können wir, war ihre Antwort. Okay, meinte Jesus. Ihr werdet tatsächlich aus dem gleichen Becher trinken wie ich und ihr werdet tatsächlich mit derselben Taufe getauft werden, wie ich getauft werde. Aber ich kann darüber trotzdem nicht bestimmen, wer neben mir sitzen wird und wer nicht. Gott hat das schon lange geplant. Die anderen Freunde hatten das Spitz bekommen, wie sich Jakobus und Johannes einschleimen wollten und waren echt sauer. Jesus setzte sofort ein Meeting an. Ihr habt mitgekriegt, wie das hier auf der Erde so läuft. Regierungen behandeln ihre Bürger oft wie Dreck und die Leute, die was zu sagen haben, beuten ihre Untergebene nur aus. Das ist bei euch aber anders, klar? Wer bei euch der Boss sein will, der muss bereit sein, sich ganz hinten anzustellen. Wer bei euch der Chef sein will, soll die anderen wie ein kleiner Angestellter bedienen. Der Außerwählte, der Menschensohn, kam auch nicht zu euch, um den Lauten zu machen. Er wollte keine Macht, sondern er kam, um jedem zu dienen. Er ist gekommen, um mit seinem Leben viele Menschen freizukaufen. Irgendwann kamen sie in Jericho an. Als sie die Stadt dann wieder verließen, war voll die große Menschenmenge hinter ihnen her. Bartimaeus war ein blinder Bettler, der auf dem Weg am Straßenrand saß und Kohle schnarrte. Er war ein Sohn von Timaeus. Als der mitbekam, dass dieser Jesus aus Nazareth in der Nähe war, fing er wie blöd an zu brüllen. Jesus aus der Familie von David, bitte hilf mir! Maul halten, blafften ihn die anderen an. Aber er schrie nur noch lauter, Sohn von Präsident David, Jesus, bitte hilf mir! Als Jesus das mitbekam, blieb er erst mal stehen. Sagt ihm, er soll herkommen. Trau dich, ermunterten die Leute den Blinden. Er hat dich gerade gerufen. Bartimaeus schmiss seinen Mantel weg und sprang hoch, um zu Jesus zu kommen. Hey Mann, was kann ich für dich tun? fragte ihn Jesus. Großer Meister, ich möchte so gerne sehen können. Dann mal los, das Vertrauen, was du in mich gesetzt hast, hat schon dafür gesorgt, dass du jetzt sehen kannst. Und in derselben Sekunde konnte der Typ sehen. Sofort ging er mit Jesus mit. Sofort ging das mit. Untertitelung des ZDF, 2020